auch prio 1 schön sie holen immer mal wieder von hier jetzt muss hier auch wieder runter gejumped werden naja ich bin ehrlich gesagt froh wenn der berg mal weg ist und wir dann auch hier anfangen können mit unserer zweiten baumschicht wobei wir dann wieder ein bisschen experimentieren könnten ob wir doch fos nehmen können um etwas holz zu sparen weil ich weiß nicht wie viel und das holz was wir hier noch so haben bringen wird scheint es doch noch sehr viel zu sein auf der einen seite vor allem weil hier in dem wald noch holz von hier oben rum liegt bin ich froh dass die bäume nicht despawn gegensatz zu steinen so da hier aufgeschüttet aussieht machen wir mal so weiter so genau brimstone eben wir gerade nicht auf so 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 att so so Ah ja, hier sind wir auch abfleißig am abbauen halt. Bis zum nächsten Mal. Bis du sie wieder da an den Stecken gerade keine Lust hat abzubauen. Hm. 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 Ja, da liegt aber schon ziemlich eben aus. Ist es aber leider noch nicht. Wie man sehen kann. Da. Alles was rotes ist noch nicht richtig eingeeben. Ja. 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 Das sieht aus wie ein Eingang hier fast schon. Also wie das... Der Grundriss für einen Eingang. Die bauen... Ah ok. Und das sieht auch aus wie Tetrisblöcke teilweise. Nein, ich setze jetzt nicht noch mehr Leuten Ohrwürmer in den Kopf. Wir gucken uns lieber an wie der Berg weicht. So. Oh du hast jetzt auch da. Ok. Wir hauen einfach Vanom Steine raus. Die da kannst du ruhig mitnehmen. Wie dumm. So. Abonnieren sie nach. Okay. Ja, hier wird's kurz langsam wieder. 399. Interessante Steinsaal. Oh, und da hat's Flonk gemacht. Ja, das wird auch interessant werden, das Stück abzubauen. Wenn uns halt hier immer mehr die Treppe wegbrechen wird. Dann müssen wir dann wieder mit den Steinen, die wir noch haben, eine Treppe bauen. Für die Treppe haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gebraucht, Steine. Die hätten ja sicherlich auch eine hohe Treppe. Ja. Aha, wir gucken mal an hier. Könnte es langs soweit sein. Jo, nur noch was rotes. Mhm. Also da auch noch vier Stück oder so. Wo das Problem war, war, weil hier beschädigt war. Ja. Okay. Das war's für heute. So habe ich einen Weg da hoch geschaffen. Na, noch nicht ganz. Oder? Nee, eins fehlt noch. So, dann müssen wir erst mal hier abbauen. Ja, müssen wir ganz wirklich. Das war's. Oh Also ja, habe ich nicht bedacht, dass uns das alles wegbrechen könnte Also die Treppe Aber das tut sie auch nicht So Kann ich eigentlich auf Die da? Kann ich Ja, das eine Teil fehlt noch Gut, wenn das gesetzt ist Können wir den Auftrag abreißen Und ihn wieder da hinschicken Hier klappt das Ja, hier klappt das gut Sehr schön Okay, hier ist gefüllt Das heißt, dich können wir da hinpacken Und der Flatten ist weg Gut Und dann können wir jetzt Speichern Save overwrite Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut Also bis gleich Und dann geht es